Ich mache eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Ich mache eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Die Ausbildung macht mir sehr viel Spaß, weil sie so abwechslungsreich ist. Die Kollegen haben sich sehr viel Zeit für mich genommen. Hier lerne ich alle Bereiche eines Unternehmens kennen. Ich darf schon sehr viele Aufgaben übernehmen. Ich fühle mich hier sehr wohl, ich habe auch sehr nette Kollegen hier. Als Auszubildende habe ich hier sehr viele Vorteile. Ich kann zum Beispiel zum Lernen nach der Berufsschule nach Hause gehen. Und außerdem muss ich meine Fahrkarte und meine Fitnessstudie nicht selber bezahlen. Das übernimmt die Firma.